Gold, Sperrkobolde, Bogenschützen, Ritter, Bäcker, Bomber, Feuerball, Wundenprinz, wenigstens ein was Gutes, erstmal Worte Leute Scheiße drin, und damit hallo und Willkommen zu Let's Play, Clash of, Clash Royale, nix Clash of, Kiste, Gratis, Gold, Pfeile, Bogenschützen, noch ne Valkyre, haben wir auch noch nicht genügend davon, Gold, Pfeile, Kobold, Karten, lass mal diesen Print sehen, ab wo die hab ich jetzt rauskommen was sie können, da kommen lauter mit einem Kobold raus, sie kommen immer so oft raus, bis erregert Prinz Level 1, lass dich von dem kleinen Pony nicht beherren, hat der Prinz erstmal Tempo drauf, wirst du zertrampelt, wenn er heransterben, richtet er doppelten Schaden an, oh, das stimmt, dann können wir das einfach mal, auch wenn er mal halb so viel hat, dann ist es auch immer ein Doppel 2, probieren wir es mal aus, Kampf, Kanonenkugel, hier im Internat, hier, aber auch wenn er im Video schadet, dann haben wir es mal, hier in diesem Video裏 ich hab nicht, ob das im Youtube machen reicht, hier, ha-ha, du Opfer, Mini-Bagger, mal gucken Irgendwas der so schönes anrichten kann, der Prinz Jetzt ist er in Ansturm Jetzt macht er doppelten Schaden Drache Drache Marsch Ein Feuerball und dann ist er weg Gobolt Wer macht dieses Haus da weg? Komm mach dieses Haus da weg sowieso nicht baby drache ritter go mega kanone du gewinnst nicht niemals falsche richtung du kannst du auch auf dem gegner konzentrieren sowas hätte kitzeln können easy peasy lamb squeezy hier du merkst wie ein großer gangster ich bin hier im spiel kronentrohe juli drei stück mit ein feuerball ein becker und bohschützen der red hat es verdient mhm wen holen wir machen wir unsere kinderkombination konzentriere dich auf den turm du deb mit das skelett haben wir gemein das war eine Million gegen eins Zeig dir, wo ich was in der Hake ist äh, Valkyrie aber der macht Explosionsschaden und der macht Explosionsschaden das habe ich gewonnen die Blitze sind OP na Donnerwetter ich bin nicht in einer normalen Schule ich bin in einer Berufsschule das ist langweilig flieg bin ich gelacht das war so, als wenn du Level 6 errufst hey, da ist mein Panzer raus Schloch, hör auf, der Maul Bewegung Prinz kann ohne Kugel bing schloch, hör auf, der Maul zu spät bis zu langsam MOTHERFUCKER Naja, das war pretty easy nächster Kampf entzocken wir diesmal ab cool nee bitte schön ist ein Geschenk für dich ein Geschenk für dich bei dem ist gleich weg Baby hab ich auch ich habe ein Baby Musik Hier ist mal Blitze reingedonnert Musik 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 ach du schande oh der Gegner hat ihn entlassen was ist denn meine gewonnen ja wieso gewinn ich heute so einfach das muss die Knochenarmee also die Skelettarmee leisten Valkyrie nochmal 2 von denen also ich bin echt auch ne Valkyrie brauchen nur ne Axt und dann kann ich rumwirbeln und dann fertig bin ich auch ne Valkyrie oh wo startest du oh der hat das übelste Standard Deck aber nicht gerade sind die niedrig Rotze stirb kein Gegner besiegt mich mit seinem Standard Deck heute bin ich mutterfucker stark es sei denn man holt seine Skelettarmee aus raus also hallo wieso wir die auch besiegen so schnell also tja schon der übelste Gangster sein das zu können Babydrache Babydrache oh ist der niedlich Babydrache oh geil wie ist der süß also ich mag den Babydrachen der ist niedlich hau ab was hol ich Bäcker raus Koboldfass Koboldfass ja komm komm mach den Blatt genau Scheiße das Saiserschluch hat meinen Ton kaputt gemacht so ist meine Vorteilsphase weil meine so regulär so teuer sind 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 5 5 6 6 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 5 11 11 10 10 12 11 20 15 16 15 Superspieler. Na dann, das war eine erfolgreiche Folge und bevor ich von der Zeit her nicht mal die anderen Aufnahmen machen kann, mache ich das erstmal jetzt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao, euer Shadowfell. Bis bald.